Wir sind das Regionalzentrum Arche Noah und haben uns zum Ziel gesetzt, die sogenannten SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, jung und alt näher zu bringen. Durch die Möglichkeit, mit allen Sinnen zu arbeiten, zu sehen, fühlen, riechen und hören, kann jeder seine Naturerfahrungen auf unserem Gelände machen. Die bepflanzte Fläche für die Insekten beträgt ca. 26.000 m². Darin enthalten ist eine Blüh- und Kräuterwiese, Obstbaumwiesen, Waldflächen, ein Teich, Bach und Auwald und natürlich der Wildbienenlehrfahrt und viele Wildbienenhotels mit unterschiedlichsten Brutmöglichkeiten. Ein Naturerlebnisraum, der eine Fülle an Primärerfahrungen bereithält. Für die pädagogische Arbeit ist die Wildbiene sehr gut geeignet, weil sie ziemlich harmlos ist und auch so gut wie nie sticht. Die größte Anzahl an Wildbienen, die wir bei uns auf unserem Gelände haben, sind die Mauerbienen, die wir auch versuchen, über den Winter zu züchten. Hier sieht man zum Beispiel die Niesmöglichkeit und man sieht auch Eier oder beziehungsweise die Nahrung, die in diese Brutröhre eingelegt worden ist. Wir wollen natürlich unsere pädagogische Arbeit fortsetzen und versuchen, einen digitalen Pfad aufzubauen, wo wir die Wildbiene auch präsentieren können. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass viel mehr auf die Nachhaltigkeitsziele geachtet wird als bisher. Brutmöglichkeiten. 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 Brutmöglichkeiten.